Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bitte Ja Oh prima, in diesem Fall Das war nicht offen Ich habe Angst, was wenn ich in Gefahr gerate Hier drüben Da seid ihr ja Seid ihr sicher, dass ich euch nicht aufhalte? Schon gut, schon gut Die Halle des Wissens Wir sind auf der falschen Seite der Bäder Wir müssen zurück durch den königlichen Palast Nun gut, lasst uns einen Ausweg suchen Das ist so großartig, ich denke Das ist so großartig, ich denke Ich bin ein Ausweg Das ist so großartig, ich bin ein Ausweg Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hilfe! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Da ist ein seltsames Symbol an der Säule. Was das wohl bedeutet? Schaut, ein Schwert! Es müsste schon ein Wunderschwert sein, um das hier zu ersetzen. Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein! Nein! Nein, 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 das war's. Das war's für heute. 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 Oh Oh Man kann das Ding irgendwie nach oben bewegen Schaut, ob ihr einen Schalter findet Was macht euch glauben? Egal Gut Beim nächsten Mal fangen wir hier an Hier ist einer Soll ich ihn betätigen? Noch nicht Lasst mich erst auf die Plattform Jetzt Soll ich ihn betätigen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Tor ist offen. Ich komme! Das war's für heute. Ich bin hier oben! Versuch den Hebel dort! Ich kann drüber springen? Versuch's! Was kann schon passieren? Geht doch! Ich treffe euch auf der anderen Seite des Tors! Vorsicht! Ihr solltet aufpassen! Hier bin ich! Das Tor geht nicht auf! 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 Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an! Das Tor geht nicht auf! 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 Das Tor geht nicht auf!